Grüß euch, ich bin der Bios von der Landjung Monofeng. Landjung denkt es euch, ist der Verein, wo es hauptsächlich ums Saufen geht. Euch ja ernst? Wir sind die Alternative zu Handy und Fernsehen. Wir sind die Alternative zu Langeweile. Wir bieten eine Gemeinschaft und eine sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund. Aber seien wir uns ehrlich, zeig mir örtlichen Bierchen mit Freunden zu klackern an. Unglaubliche 60 Jahre gibt es uns jetzt schon. Grund zum Feiern finden wir. Nicht schon wieder 0815-Bierzeit, nicht schon wieder so langweilige Musik. Glaubt ihr, wir machen sowas wirklich? Ich werde es euch anschauen. Skandal um Rosi. Berge vom Müll werden produziert. Nur, dass jeder sein Grillhändel von feinem Plastiktail essen kann. Schau mal, was von Green Event gehört. Wir schauen, dass wir Müll weitestgehend vermeiden, wenn wir ihn haben, so gut es geht zu trennen. Weitest schauen wir, dass wir regionale und biologische Lebensmittel verwenden. Ich möchte nicht angeben, aber der Shit ist nice. Also jetzt bitte endlich auf, euch in den Wochenenden vor dem Fernsehen zu verbringen und schaut bei uns am Fest vorbei. Wenn ihr euch für keinen Tag entscheiden könnt, alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Wir sind die Landjub Munderfäng und die Party geht erst los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.